Was Sie heute hier sehen, ist die BMW 200, Sonys neuester XCAM HD 42250 Mbit Camcorder. Die BMW 200 zeichnet sich dadurch aus, wie schon gesagt, sie ist etwas größer als die BMW 100. Man sieht es ganz klar auch im vorderen Bereich schon, wir haben hier wirklich das professionelle Objektiv, was auch unsere Kunden bei der BMW X1 oder auch bei der X1R oder auch bei der X3 lieben und schätzen gelernt haben. Wir haben wirklich drei unterschiedliche Ringe für Blende, Zoom und Fokus. Wir haben nach wie vor den Schiebemechanismus für den Autofokus und das Ganze wird auch nach wie vor von der Firma Fujinon gefertigt. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch gesagt, was können wir besser machen, was können wir verbessern, weil wir sind ja jetzt doch schon ein paar Jahre in dem Land verstrichen und haben dahingehend auch die Sensoren nochmal überarbeitet. Wir haben nicht darauf verzichtet, dass wir auch hier Halbzoll CMOS-Sensoren verbauen. Also nach wie vor ist Sony der einzige Kamerahersteller, der in diesem Handheld-Bereich wirklich Halbzoll CMOS-Sensoren verbaut, die aber noch etwas lichtempfindlicher geworden sind im Vergleich zu einer X1R zum Beispiel. Wir haben aber hier richtige ND-Filter, also auch dort wie bei einer X1R keine Neuerung, sondern bewertet einfach belassen. Wir haben aber dann die verschiedenen Assign-Buttons für Zebra-Peaking, also zum Einstellen des Bildes. Wir haben, klar, Weißabgleich-Knöpfe, Gain, welche sich hinzufügen kann. Und wir haben auch hier natürlich, dass auch bei keinem Sony-Cancorder fehlen, die Audio-Aussteuerung. Und das ist genau wie bei der PMB100 auch ein ganz schöner Vorteil. Dadurch, dass wir den Camcorder ja mit dem 42250 Mbit-Codec nutzen, können wir hier keine Audio aufzeichnen. Schauen wir einmal auf die Rückseite. Dort werden Sie viele bekannte Sachen finden, wie zum Beispiel jetzt hier auch die Batterie, also all das Zugehör, was Sie eventuell schon besitzen, können Sie ganz normal weiterverwenden. Auch hier nutzen wir wieder die zwei S-Weiß-Karten-Slots. Sie können auch natürlich per Adapterkarte auf SD-Karte, Memoristik oder das neue XQD-Medium aufzeichnen. Wenn wir dann auf die rechte Seite gehen, sehen Sie wie bei der PMB100 auch Timecode-Anschlüsse oder Gen-Log-Anschlüsse, also für diesen sogenannten Multikamera-Betrieb. Das, was natürlich auch bei Sony, bei unseren X-Secam-Camcorder nicht fehlen darf, sind natürlich dann SDI- oder HDMI-Ausgänge und das dann in bewährter 10-Bit 422-Qualität. Auf der rechten Seite der PMB200 sehen wir dann die Zoom-Wippe, aber natürlich auch Funktionsknöpfe wie Expanded Focus oder aber Rack Review, wenn man sich dann einen aufgezeichneten Clip sofort anschauen möchte. Und auch hier, wenn wir den Kampcode noch mal nach vorne drehen, haben wir eine Anschlussmöglichkeit für eine Hinterkamera-Fernbedienung. Bezüglich Viewfinder als auch Display haben wir dahingehend bei dem Viewfinder genau den gleichen Viewfinder wie bei der X1R verbaut. Diesbezüglich die gleiche Größe als auch die gleiche Auflösung. Und bei dem Display an der Vorderseite setzen wir auf die standardmäßige 3,5-Zoll-Größe, aber bezüglich der Auflösung haben wir jetzt das Display der PMB100 verbaut, also sprich noch mal hochauflösender als bei der PMB X1R. Wenn man in das Menü hineingeht, da wird man genau wie X1, X3, PMB100, wird man genau die gleiche Menüführung feststellen wie bei diesen Kampcordern. Und dort finden Sie natürlich dann auch die Möglichkeiten, die verschiedenen Formate anzustellen. Also als erstes können Sie dort einstellen, arbeite ich jetzt in der PAL-Region oder in der sogenannten NCSC-Region und können dort aber auch dann einstellen, okay, möchte ich vielleicht XDKMX als Format nutzen oder wie gesagt 422, 50, Mbit 50 oder 60i. Sie können aber sogar DVCAM aufzeichnen. Also genau das, was auch die PMB100 kann, kann die PMB200 auch. Und das ist genau das Gleiche bis auf das IMX-Format, was eine PMB500 kann. Des Weiteren finden Sie natürlich im Menü auch Einstellungen wie Steady-Shot aktivieren. Sie können Cache-Recording nutzen, also bis zu 15 Sekunden in den Cache schreiben. Aber Sie haben auch hier wieder X1 oder identisch Slow-Motion, Quick-Motion, also sprich Zeitlupe, Zeitraffer, Intervall und Frame-Recording. Also all diese Sachen, neben auch Picture-Profilen, die die Kunden natürlich schon kennen und nutzen, finden Sie das alles in den Menüeinstellungen. Eine Besonderheit hat die PMB200 jetzt im Vergleich zur PMB100 oder auch zum PMBX1R dann aber doch noch. Und zwar haben wir auf der Rückseite einen USB-Anschluss, der momentan noch zugeschraubt ist. Und dort kann ich unseren Wi-Fi-Dongle anschließen und habe dann zum einen die Möglichkeit, unser XM-Pilot-Tool zu nutzen. Aber es kommt auch noch ein Update, ungefähr Ende des Jahres, wo ich dann die Möglichkeit habe, über mein Tablet oder Smartphone gewisse Sachen vom Camcorder zu steuern. Generell kann man zusammenfassend über die PMB200 sagen, es ist der Nachfolger der EX1R, genau mit den Sachen, die die Kunden wirklich lange erwartet haben. Also XdeCam HD 422, dieser sogenannte Sendestandard im Camcorder selber drin. Ich kann es direkt aufzeichnen, ohne jetzt über einen externen Recorder gehen zu müssen. Wir haben die Möglichkeit, Multikamerabetrieb zu nutzen, aber haben on top natürlich bewährten Sachen gelassen. Die EX3 wird dahingehend erstmal so, wie sie ist, im Portfolio bleiben, weil auch obwohl es vielleicht ein XdeCam oder X-Camcorder ist, erfreut sie sich großer Beliebtheit einfach aufgrund Formfaktor-Wechselobjektiv-Möglichkeit. Und insofern sind wir ab September sehr breit aufgestellt und ich glaube, für die meisten Kunden sollte definitiv ein Camcorder genau dahin passen für die Applikation, die sie benötigen.